Freie und Baby, warte mal, ich hab auch immer offen. Also auf die Schuhe. Mein Boot hat sie umgehauen. Was? Mein Boot ist umgekippt. Hält mir mal jemand. Ihr müsst nicht umkippen. Nein, ich bin raus aus dem Boot. Versucht mal mein Boot umzuschubsen. Scheiße. Was? Lieferungen 8 von 12, ist schon kaputt. Ich muss da alleine weiter fahren. Was? Ey, das ist für mich gar nicht mal schlimm, so witzig ist das. Ne, ne, fahr, 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 fahr.